Karin, was machst denn du da? Hallo. Bitte? Hallo, ich wollte nur mit dir reden, kann ich kurz reinkommen? Nein. Was, nein? Das geht jetzt nicht. Du hast Besuch. Nur die Oma? Deine Oma ist seit zwei Jahren tot. Ich weiß. Ja, und was ist das? Ein bisschen kauten, Toten. Aber ich hätte es nicht ins Rohr tun sollen, weil der Rom hat gebrannt und hat es mir die bisschen kauten verfeuert. Es schaut aber trotzdem gut aus. Darf ich kosten? Ja! Ich muss mich hin, ich bin saum hier. Ich bitte nicht. I ja. Ja, ich bin saum hier. Ich bin saum hier. Ich bin saum hier. Vielen Dank.